Ich kann euch sagen, man wird extrem bescheiden, wenn man hier oben steht. Es ist unglaublich, ihr da vorne müsstet das sehen, es geht wirklich bis ganz, ganz hinter. Vor einer Stunde habe ich gedacht, fühlt sich der Platz und er hat sich gefüllt. Für die von euch, die sich fragen, wer ich bin, Patrick Kasselberg ist mein Name bis Ende Februar bei TTV, Transition TV. Unser Team hat gezögelt, Christoph Pfluger, der gerade da war, macht weiter mit Transition TV. Und wir starten am 21. März mit Hoch 2 TV. Aber ich bin nicht da zum schratzen, sondern zum singen. Ein wunderbares Lied von Reinhard May. Es fängt sehr still an und wird dann ein bisschen kräftiger. Lass euch überraschen. Ich denke, ich schreibe euch besser schon beidseite und sage euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten und zu sehen, dass ich auch zwei Söhne habe. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen, mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die, die deren keine Waffen tragen, nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Ich habe sie die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchster Wert. Ich habe sie erwarmen und vergeben und wo immer es ging, lieben gelebt. Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben. Keine Ziele, keine Ehre, keine Pflicht. Sind's wert dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Ganz sicher nicht für euch hat ihre Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch habe ich manche Fiebernacht. Verzweifel an dem kleinen Bett gestanden. Und kühlt ein kleines, liebliches Gesicht. Bis wir in der Erschöpfung Ruhe fanden. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Sie werden nicht in ein Klieg marschieren. Nicht durchhalten und kämpfen bis zuletzt. Auf einem gottverlassenen Felder frieren. Werden wir euch in weiche Kissen setzt. Die Kinderschützer vor allen Gefahren. Ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Und das reißt auch sie vor, euch zu bewahren. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, 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 nein. Nicht zurückkönnen vor der Obrigkeit. Ich stelle sie leer, mir einen Weg zu gehen. Doch keiner hat Frau Franz, keinen Weltgericht. Keiner hat sich selber gerade zu stehen. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Sie werden es für euren Wahn nicht geben. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020